Gut, stehen wir in dem schönen, großen Gebäude und im Endeffekt wissen wir aber nicht, wo es weitergeht. Wir haben ja vorher schon gesucht, der Sam sucht auch verzweifelt. Da, warte mal, da ist ein Durchgang. Stufen oben waren wir ja schon, da stehen nur Schreibtische, da kann man nichts tun. Wo geht es denn dahin? Wir kommen an der Sache schon näher. Zumindest nach der Musik zu urteilen. Da müssen wir uns wahrscheinlich wieder den Kopf einziehen. Wow. Das ist ein massives Gebäude. Wow, wow, wow. Wie lange müssen die da gebaut haben? Ich will es gar nicht wissen. Wahnsinn. Wahnsinn, wie groß. Das ist mitten auf einer Insel von Nowhere. Schon Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, kommt Sammy mit? Das dürfte es einen Aufstand gegeben haben, so wie das ausschaut für mich. Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sie sehen wie Soldaten aus. Okay. Ups. Hat es schon ein Gemetzel gegeben? Wow. Schauen wir mal was. So hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat da anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Diese Art und Weise von der Geldbehebung ist mit Sicherheit nicht die gesündeste für beide Seiten. Aber wir kommen an der Geschichte schon näher. Zumindest, was wollten die da drinnen? Da oben haben wir die Flagge vom Avery, nur schaut der Kopf in die andere Richtung. Der sollte eigentlich nach rechts schauen und dieser schaut nach links. Den Sam zieht es da rüber. Warte mal, ich schaue mich da unten auch mal um. Ich möchte nichts verpassen. Was haben wir da? Da ist ein verwachsener Weg. Schaut das cool aus. Also Level Design, Map Design ist schon absoluter Hammer. Gefällt mir irre gut. Diese ganzen kleinen Details, die es da gibt. Verwachsene Fenster. Moosbeschichtete Statuen. Das ist schon... Da steckt schon viel Arbeitliebe zum Detail drinnen. So, wir werden da mal rauf gehen. Da ist auch wieder etwas verwachsen alles. Dort geht es auch nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Wir müssen also da rein. Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Wahnsinn, bitte. Wo, 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 ich meine, blündern, beraten und so weiter, schön und gut. Aber das ist ja, das ist ja irre. Wo hat denn der Ivory die Kohle daher gehabt? Schaut euch das mal an. Diese schönen Engelstatuen. Der hat da aus ihr eigenes, kleines Königreich geschaffen. Alla, die Tür da. So, werden wir da mal anziehen. Dann, was? Oder auch nicht. Kannst du mir mal? Ja. Wieder mal. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja. Hinweise suchen. Die Diebe von Libertalia. Hinweise suchen. Gut. Such mal Hinweise. Schaut dir diese Decke und alles an. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Nevery haben sie geköpft, oder? Da vorne. Da fehlt der Kopf. Sie haben ihn anscheinend nicht wirklich gemocht. Schuldige Sam. Ich muss da mal in die Lade schauen. Nichts. Leer. Mhm. Haben wir sonst noch irgendwo laden? Mal gucken. Also an Kasseln kann es ja da nicht mangeln. Na, da haben wir Kiste. Schau. Leer. Nichts. Die waren sehr gründlich, die das alles ausgeräumt haben. Die haben wirklich nichts übergelassen. Da kommen wir nicht drauf. Verschafft mir gerne immer von oben einen Überblick, aber wie gesagt, da kommen wir nicht drauf. Was haben wir da? Dieb. Dieb. Hat der Avery seine eigenen Leute bestohlen? Seine Piratenfreunde und alles. Selbst da hat Gemetzel stattgefunden. noch sehr was. Oh, schicke Klamotten. In deiner Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Das würde ich jetzt so mal im Raum stehen lassen. Selbst wenn man eine Wache ist und es kommen 50 Leute bei der Tür rein und man ist zu zweit, da kann man seinen Job nicht machen. Da ist man einfach Game Over. Schaut aber nicht noch Marmorböden aus. Das sind Fliesen. Warte mal, da ist eine Kiste. Schauen wir mal da rein. Hey, da ist was drinnen. Ich habe was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Inhalt, wie beschrieben von R. Taylor. Bild, juwelenbesetzter Dolch. Gründer Al-Basra behauptet, dass dieser juwelenbesetzte Dolch, Großmogul Orang-Step, persönlich gehört. Falls das wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Bild, Perlenelefant. Ein grandioses kleines Exemplar, bemalt mit sattem Indigo mit einem Sattel aus Perlen. Ich bin versucht, es selbst einzustecken. Bild, Jade-Vase. Die Details auf dieser skulptierten Vase sind von allerfeinster Qualität. Die Mogule hatten ein Talent für die Jade-Bearbeitung. Gründer Al-Basra sagte mir, dass das Reich über die ganze Werkstätten verfügt, die sich der Herstellung solcher Gegenständen widme. Das schaut also noch Verzeichnis aus. Können wir das irgendwie... Na, auf der Rückseite ist eigentlich nichts um, okay. Wenn du es schon offen hast, lass mich kurz mal schauen. Aha, du hast nur gezeichnet, die Barrikade. Okay. Okay, okay. Haben wir sonst noch irgendwo ein paar Laden oder Kästen? Da leuchtet was. Noch was. Altes Manifest. Viele Schätze. Manifest des guten Schiffes Destiny. Auf dem Wege nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen Silber Mogul, 93 Treugewicht. 9.000 Münzen Silber Mogul, 84 Treugewicht. 14.000 Münzen Gold. Spanische Dublonen, 245 Treugewicht. Statue Gold. Pferde mit Reiter Mogul, 500 Pfund. Skulptur Bronze Elefant Mogul, 20 Pfund. Skulptur, 100 Sperre, 54 Säbel, 50 Kanonen, Kugeln, 12 Pferde, 4 Fässer Wein. Schaut noch Rechnung aus. Oder Ladeliste. Was wollt ihr da jetzt noch? Objekt untersuchen. Wie? Was? Achso. Gut. Noch ein Dieb. Thief. Dieb. Hm. Warum wurden die als Diebe bezeichnet? Interessant, interessant. Was ist da wirklich passiert? Haben sie die gegenseitig beschissen? Hat einer den anderen beklaut? Und ist es dann unter den Clans der verschiedenen Kapitäne zu Ausschreitungen gekommen? Okay. Was hat er gefunden? Moment. War da nicht jetzt... Da war doch noch was. Captain Avery. Der Kopf. Okay. Du sahst auch schon mal besser aus. Ja. Nein, das ist also der Kopf zu der Statue. Da oben. Der fehlt, wo ich gesagt habe, die haben ihm geköpft. Gut. Also, die waren nicht gut zum Sprechen am Avery. Warum auch immer. Sieh dir das an. Was denn? Was hast du da? Libertariergeld. Da ist Avery Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen. Der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertarier. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder. Nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ja. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertarier. Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachtturm hochzuklettern? Und zu orientieren? New Devon, wir kommen. So, mal wieder ein neuer Ort aufgetaucht. Der schickt uns ja relativ viel in der Welt herum. Na ja, das ist offensichtlich. Es geht ja immer da irgendwo rauf. Wie kommen wir da wirklich? Das war zu offensichtlich. Ja. Brüderchen ist sehr schlau. Das muss man ihm lassen. Ja. Okay, bereit? Ja. Wo ist er denn hin? Grundleuchter hängt da. Brüderchen, wo bist du? Der macht zwei Schritte und verschwindet. Das gibt es doch nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Das mit der Cursor-Taste zu suchen geht auch nicht. Hallo? Wo ist der hin? Und wie soll man da so weit nach oben kommen? Wo ist der hin? Dieser Bild ist ja weg. Ah, okay. Verstehe. I understand. Das kann nur die Kette sein, die wir da erwischen. Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Jo. Aber. Wie weit kann ich da rauf? Aha. Aussicht hätten wir. So, na, dann schwingen wir da mal und hoffen wir, dass sich das ausgeht. Das wird ein bisschen dauern jetzt. Ach so. Moment. Ich sehe ja gerade. Nein. Ja. Ich sehe gerade. Da können wir ja rüber. Baldrige, wie kann ich denn nur verwechseln? Also, bitte sehr. Brudelchen, ist das sehr, sehr sensibel, was die Sachen betrifft? Wow. Coole Aussicht. Da unten ist die Bay. Da liegt ja irgendwo unser zerschelltes Boot. Ja, apropos Boot. Das ist ja das nächste Problem. Da unser Boot kaputt ist, wird das wahrscheinlich das nächste Problem. Wie kommen wir von der Insel? Da müssen wir uns was einfallen lassen. Also, ich hoffe, dass der Raven bald auftaucht mit seinen Kumpanern und der Boot mithaben, weil dann werden wir es einem entwenden. So, da ist ein Fensterchen und da unten. Okay, ich probiere es da mal beim Fenster. Komm rauf da. So. Da hinein. In die gute Stube. Mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Stimmt. Hey, hey, hey. Schrei es nicht. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Robuste Bauweise. So. Na, da ist schon einiges baufällig jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. So, jetzt müssen wir nur schauen, wie wir da am besten das lösen. Wie kommen wir denn da weiter? Die Handtum. Hä? Wie? Aber doch da jetzt gerade. Ah, alles klar. Auch eine Hand, aber eine andere. So. Wie, 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 wie komme ich dann da? Nee, komme ich nicht. Das heißt, wir springen darüber. Dann darauf. Geht dann nach außen. Und haben die Maßen, dass das hält. So. Dann geht dann mal nach oben. So. Wir müssen jetzt nur aufpassen, auf welche Seite wir müssen. Okay. Schaut nicht so aus, wie wenn es da weitergehen würde. Wir könnten natürlich jetzt runter. Pass auf, wenn ich mich da... Oh Gott. Kann ich da durchs Gebüsch? Nein. Somit ist das wahrscheinlich der falsche Weg. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite. Hey, Brüderchen hängt ab ein bisschen. Finde ich cool. So. Hey, Sam. Ja? Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Fast da. Ganz schön aufgeregt. So. Da müssen wir rauf. Da brauchen wir jetzt die Räuberleiter. Bruder. Anmarsch. Komm schon. Ich brauche dich. So, komm. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Na los. Fertig? Fertig. Jupp. Hinau mit dir. Na gut. Ich hab hier was. Da haben wir die Kisten nicht am Shell. Zum Glück bin ich weggegangen. So. Schafft. Wunderbar. Na was da alles herumliegt. Schaut, da liegen Bücher. Kisten, Truhen. Da sind sicher vielleicht das eine oder andere drinnen, was auch wertvoll ist. Interessieren unsere Freunde aber nicht. Die wollen einfach nur hinauf. Wow. Was für ein Ausblick, hm? Ja. Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Und jetzt wieder oben. Ist da unten ein Weg? Wurde zu sagen. Los. Guck mal in die Wasserfälle. Wow. Wow. Machen wir mal ein 360 Grad Panorama View. Schon schön. Geil. Geil gemacht. Und da gerade oben mit den vier Kuppeln, fünf Kuppeln, die wir da sehen, dort müssen wir hin. Die Frage ist nur, wie kommen wir dorthin? Wird wahrscheinlich wieder eine Kletterpartie werden, bis ins Extrem. Aber was die da aufgebaut haben, was die da aufgebaut haben, was die da hergezaubert haben, mitten da in die Berge, das ist schon gewaltig. Das ist schon, da drüben bitte beim Abhang, das zu bauen. Und ich glaube, da gibt es mitunter heute Architekten, die sich das nicht zutrauen. Wow. Cool. Tja, aber letztendlich ist es ja ein Game und nicht die Wirklichkeit. Das ist doch, schaut aus wie ein Kopf von so einem Tier unten in die Zähne. Okay, was will uns das sagen? Irgendwas. Dieser Berg, okay. Dass wir den so sehen, jetzt in dieser Art und Weise, das hat schon was zu bedeuten. So, lass mal so mal. Scheisse, oh Gott. Ach, das ist der Scheisse, der da ist. Fuck. Ach, du Scheisse. Ich muss da mal rein. Fuck. Wo, wo, wo geht es denn da weiter? Da. Nein. Du sollst dich doch an die Mauer hängen und nicht springen. Ich bin ja nicht bescheuert. Das weiß ich schon, was da unten brennt. Da. Da hängt dich doch. Ach Gott. Nathan. Es lebt die Steuerung. Ja, komm schon da. Ah, eben. Oh mein Gott. Okay, da sind Stüffen. Noch sind sie da. Nein. Au. Komm schon, komm schon, komm schon. Auf, auf, auf. Scheisse. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Sag, das ist der Turm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Nein, 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 nein! Oh Gott! Oh Gott, ich trau meinen Augen nicht! Was für eine Scheiße! Komm schon! Ach du Scheißdüter! Aue da! Das gibt's ja nicht! Ach du Scheiße! Verdammt! Nein, nein, nein! Das sind ein bisschen Events! Man ist da etwas überfordert! Wieso springst du nicht, mein Freund? Ich habe jetzt eh gedrückt auf springen, aber irgendwie willst du das nicht! Na eben! Geht ja! Ich bin da! Oh! 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 Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wo geht es denn da jetzt wieder weiter? Da mal rauf stellen. Da sind Grazspuren, okay. Zumindest einmal mit Boden unter die Füße. Das ist ja schon mal viel wert. Und jetzt durchs Fenster raus. Oh Gott, oh Gott. Wie komme ich da wieder? Weil ich auch auf den scheiß großen Turm rauf muss. Und jetzt sind wir da oben und kommen nicht da. Das ist ein Wahnsinn. Naja. Das ist ja schon mal viel wert. Das ist ja schon mal viel wert.